oh nein er spielt das gleiche mit uns nochmal oder spielt er das gleiche mit uns nochmal oh nein genau dasselbe passiert uns wieder deswegen sollten wir das video vielleicht angucken damit wir weiß was hier und dann ihn geht das ist genau dasselbe wieder happy birthday ja ja okay selber das spielchen kennen wir ja auf die schlüsse ja das spielchen kennen wir die frage ist hat sich irgendetwas verändert hier aufdrehen der ofen geht schon nicht doch jetzt geht doch ja irgendwas wird sich verändert haben oder oh nein ich will nicht hingucken das ist noch mal das fernrohr ist genau dasselbe wasser geht immer noch nicht ok hier gebe ich das bleibt gleich der ofen benutzen weg genau passwort ist immer noch dasselbe ok so einmal chainsaw einmal dick da und einmal das zack ok die strohpuppe frage ist kann ich irgendwas anders machen das ist anders was ist das das ist ein hohlraum hinter dieser wand ok kann es sein ich kann danach fliehen kann es das sein das ist eine gute frage erst mal das dass ihr finger kriegt dankeschön finger puppenfinger kerze noch ok passiert genau dasselbe wieder kann aber irgendwie das genau dasselbe das aufmachen wieder diese schönen luftballons die frage ist wir kennen ja eigentlich das passwort eigentlich kennen wir das passwort ja ist die frage ob das trotzdem klappt oder ob man da dabei schummeln das ist jetzt die gute frage aber ich brauche ja trotzdem ich muss ja trotzdem ja äh den füllfederhalter holen äh wo ist denn das er aha ist das ein anderes passwort ah nein anderes passwort schon gedacht schlüssel oder besser gesagt das rad bam 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 ich brauche den ding gar nicht kann mich ohne zu verletzen das ausdrehen umdrehen kann ich das nicht mehr wo die frage ist kriege ich das leck irgendwie stopft bringt ja nichts mehr weil trotzdem hier alles voll ist also ich werde wahrscheinlich sterben wahrscheinlich muss ich auch hier entkommen das ist jetzt die frage mehr kann ich hier nicht machen ihm kann ich zwar noch ja dann gibt er mir das passwort aber brauche ich gar nicht machen gucken ob das auch so geht ohne dass ich sage ich mache das ja es geht auch ohne weil ich brauche ja die sachen nicht machen kann ich gleich abhauen nein geht nicht explodiert so nicht okay dann passiert das gleiche wieder boom komm ja das gleiche wieder aber dieser brennt nicht so schnell doch genau das vom video anmachen komm oh fuck oh fuck hä kann nichts machen oh sterbe tot you are dead okay was da können wir nicht anmachen also wir müssen irgendwas anders tun um hier raus zu kommen das ist gemein das ist gemein nur was nur was müssen wir tun also den können wir nicht drehen weil das ding geht kaputt okay wo kommst du eigentlich gerade her du vogel oh man happy happy bürste ich muss auf immer was anderes finden eins was sicher ist hier ist ein hohlraum aber wie komme ich da raus in ordnung was willst du davon wenn wir ein kleines spiel spielen du musst lediglich die kerze anzünden und sie in die torte stecken leck mich am arsch Ethan wortwahl bitte wir haben Kinder im gebäude oh oh ich darf das hier nicht nehmen ich darf das hier nicht nehmen weil dann geht das feuer auch nicht an oh ich trottel ich brauch das ja auch nicht einzig was ich brauche das feuer fingerpuppe brauche ich auch nicht ich brauche nur das ich brauche den ganzen rest ist für den arsch hier der ist einfach nur um zu trollen einfach nur um zu trollen wir brauchen nämlich nur das rad wenn man das video nicht angeguckt hat dann checkt man das nicht oh oh man so loser ja jetzt ist deine sache nicht auf band machen sollen aber das halb so schlimm so andere sache dahinter er macht es zwar kaputt aber das war's ich kann zwar hier jetzt das rad hinstecken er dreht jetzt haben wir ja kein öl auf dem boden was auch immer da rauskommt das wir mit fähigkeiten checken alles andere ist so wurst was hier passiert diesmal gibt es kein feuer mein freund aber diesmal kein feuer was hier hin mach auf boom ja ja und wie lange macht das jetzt tja war wohl nix der rest brauche ich nicht brauche ich das ganze zeug was hier ist das ist auch noch an die frage ob ich das überhaupt gebrauch habe ich vermute mal eher weniger da kann ich eh wieder kann ich eh nicht nehmen ah hier saß er hier saß der kerle karte vom versuchungsgelände d-serien-kopf d-serien-kopf ich schätze dass es nicht drin noch nicht ich glückliche schau solange du keine überraschungen mehr im ärmel hast rate ich dir nein er hat noch er hat auf jeden fall eine überraschung für uns die serienkopf serienkopf wir brauchen unser zeug wieder dann das darüber dass sie da passt darüber okay dann werden wir mal speichern oh mein gott ich krieg die krise meine freunde ich bekomme jetzt irgendwo hier ja ja ist schon gemein wenn du denkst wenn das video nicht anguckt okay aber dafür kann man das überspringen das genau weiß dann braucht das video nie mehr angucken die frage nehme ich jetzt alles mit was ich hier habe oder er hat gut angeschlagen aber sonst passt es so wo komme ich hier raus ist die andere sache aha wo bin ich denn hier finden ohne das war's bisher muni ach die kurbel hier brauche ich die kurbel die kurbel dann weil ich die kurbel mitnehmen ok wenn wir die kurbel brauchen kurbel 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 deswegen haben wir sie mitgenommen steck hinter dem haus die habe schon ein riesengelände muss man echt sagen da kann man nicht meckern riesengelände riesengelände darauf können sie bauen ok ok mach mal hier die rücke auf ok oh man dann werde ich gleich mir und so treffen oder ich komme ich komme ich komme ich komme obwohl ich nicht kommen mag haha hohoho ja schein aber egal kommen wir ein bisschen übertrieben nicht wahr bin ich ja bei dieser gegend hat er nicht irgendwas hier noch vorbereitet oooo ooooh ooooh das haus ist abgefackelt was baut denn so alles kaputt alles abgebrannt alles morsch ist die frage passiert hier was hallo hallo in dessen haus die frage welches sekundär welches es wird schon fast sagen das ist optional deswegen ist das sekundäre haus hier ab ich bin doch sicher was aus dem wasser oder das fehlt hier noch oh mein gott ist ja verleitet langsam zu gehen ich hoffe seine ich traue dem einfach nicht seit das war ich glaube das ist fertig mit seinen tollen voll nicht genug platz heilung nachladen wieder bisschen money doch mal eine chemikalie könnte ich mir eigentlich fast schon nicht money machen sondern heilung ja hier eigentlich kipp aber wo ist der ich höre ihn doch ich habe hier drin habe ich ihn gehört gut versteckt muss man sagen okay weiter geht's kisten über zerstören flinden money ich brauche die zugbrücke hoch machen okay ich brauche die kurbel nochmal mac money ich nehme die kurbel wieder mit also wird die nicht weg gehen merken moni braucht die merken moni eigentlich nicht wird zwar mitnehmen aber mache ich mehr heilung oder moni das ist die frage ich mache eine heilung nochmal komm alles mitnehmen ein bisschen money ein bisschen heilung haben fach irgendwie war das klar zwei schüsse was habe ich gerade gesagt wofür kommen da keine viecher aus dem wasser schon passiert irgendwas großes kommt die musik ist nicht umsonst an wo 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 ah ok sie kommen sie kommen seh nix dunkel beide beide köpfe weg das kommen ja ganz viele von den viecher kommt einfach und wollen mich töten ah ich würde auch gerne vorbeirennen aber das war jetzt eigentlich nicht so angebracht oh da kommen noch mehr so das waren beide oh nein doch nicht so jetzt aber jetzt waren es beide kommt da immer mehr davon so habe ich gerade die befürchtung dass immer mehr davon kommen endlich spawn kann das sein ich weiß es nicht aber hier an der brücke wird das sicher was kommen oh ich bin so angespannt kopf weg hinter uns kommt nix gott sei denn können wir gut schießen halbwegs so hinter uns kommt nix die musik zackt da kommt noch was ah fuck aua kopf weg alter vater alter vater musik ist wieder normal ok wir haben ein bisschen verschossen ja das ist uncool aha nichts 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 oh safe room safe rooms sind immer toll safe rooms sind toll nichts dagegen guck mal zirconicum flop what was kommt jetzt oh scheiße ich habe so eine dumpfe befürchtung das rüber ich weiß nicht was ich damit anfangen soll was ich auch machen kann benutzen guck mal das habe ich voll übersehen draußen ist ja was ich gucke ob da draußen auch irgendwo was war nein habe ich Kraut ok rüber Dietrich mach ich jetzt erstmal rüber auch mal rüber unsere Muni warte mal ich da wir jetzt sicherlich was größeres vorhaben man weiß ja nie so oh 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 warte mal bevor ich speicher alter das ist nicht umsonst da haha das ist nicht umsonst da wir werden auf jeden Fall einmal ach ich vergesse immer dass ich das falsche nimm Farbsprengstoff und noch einmal eine Heilung das ist mein Kraut wo ich reingelegt habe äh äh ja 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 da so gewappnet 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 es wird was größeres auf uns zukommen und das wird sicherlich mhm sagen wir mal ein Boss sein haha ich weiß es nicht ich kann nur vermuten ach Gott Lukas Lukas du machst mir Sorgen oh ja du machst mir Sorgen ok sechs hätten wir alle gesammelt dann hätten wir mindestens jetzt schon 20 Schuss oder so eine Mitnehmung oh fuck dann sind wir am Hafen, am Pier die Frage ist nicht auch wirklich alle tot gut ethan don't lose it it's important go tell and roadie go tell and roadie go tell and roadie everybody 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 tę this fucking family wow Untertitelung des ZDF, 2020